Bonsoir Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Ich bin ein bisschen früh, wir haben 17.30 Uhr, also Schlusskurs noch nicht gemacht. Aber der DAX war heute, wie ich das mal gerne liebevoll nenne, im Drecksau-Modus. Und hier zeige ich euch nochmal den 15-Minuten-Chart. Was der heute Morgen hier gemacht hat, ziemlich genau um 9 Uhr, um dann auf die 15.918 zu gehen, dann ohne Erholung, ohne Absingen schmutziger Lieder direkt mal runter auf die 15.683 zu gehen, um da mit einem kleinen Schwenk gerade eben mehr oder weniger das Tageshoch wieder zu sehen. Das ist schon einzigartig, das muss man schon sagen. Also die Nervosität ist fühlbar und damit gehe ich jetzt mal hier wieder auf den Tag. Ich kenne genügend Leute, die short sind, die sagen, der muss doch endlich mal runterkommen. Ich kenne aber auch einige, die sagen, nee, 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 wir nehmen hier das Gerät, das nehmen wir raus. Und dann sind wir ganz schnell auf dem neuen High. Ich wünsche beiden Parteien viel Glück. Nochmal, wir sind jetzt hier im Tagesschart und mal ganz banal analysiert, völlig neutral. Die Bänder sind deutlich zusammengegangen. Das Freitag, das war Mittwoch. Vergleicht mal hier von Mittwoch die Bänder, wie sie jetzt sind. Heute ist das obere Band bei, ich runde leicht, 16.000 und das untere ist bei 14.500. Es sind nur noch 500 Punkte. Die gehen einfach zusammen. Wir haben hier seit rund drei Wochen, haben wir dieses Plateau geschaffen bei 15.930. Da muss er durch, da muss er aber auch bleiben. Nicht so eine Geschichte wie heute Morgen, da mal dran, ich glaube 16 oder 17 war das hoch, um da mal zu fallen. Diese Kerze, die wir hier sehen, sieht zwar aus wie ein Hammer, aber es ist keiner. Nichtsdestotrotz, wir haben zum dritten Mal in Folge die 20-Tage-Linie touchiert. Das ist gut soweit, das ist nach wie vor ein Support, aber wir müssen endlich hier drüber gehen. Und danach gibt es, jetzt mache ich mal wieder größer auf, haben wir die 16.000 als psychologische und den Bereich um die 16.300 als charttechnische Marke. Heute waren auch die Umsätze ein bisschen größer. Da waren ein paar Bewegungen dabei, da habe ich mich auch gefragt, was zur Hölle rauchen die hier? Lufthansa, Deutsche Bank, die jetzt alle wieder, also die Deutsche Bank war glaube ich runter bis 9,30, jetzt sind sie wieder 9,90, ist schon erstaunlich. Es tut mir leid, wenn meine Stimme heute nicht so laut ist, aber für irgendeinen Grund habe ich mir einen Bips geholt und jetzt habe ich hier das Problem, dass ich nicht ganz so laut reden kann. Nächsten Freitag bin ich in Wien, also ich bin schon früher in Wien, das heißt, ich werde nächsten Freitag keinen Film machen können, vielleicht am Sonntagabend, ich weiß nicht genau, wann ich zurückkomme, das kann ich nicht sagen. Ich habe euch gefragt im Mittwochfilm, welche Aktien wollt ihr haben? Den ersten Analysefilm über Porsche, VW, Daimler, Tesla habe ich schon reingestellt. Es gibt noch weitere, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ich hoffe, dass ich die alle über dieses Wochenende schaffe, weiß ich aber nicht. Es gibt ein paar Werte dabei, da verweigere ich mich. Da reibe ich mir lieber den Hintern mit Honig ein und setze mich auf den Ameisenhaufen, als dass ich die analysiere, weil das hat mit Analyse nichts zu tun. Ich sage jetzt auch gar nicht, welche, aber ich werde nicht alle machen, aber dennoch habe ich über eigentlich fast alle Werte, die ihr euch gewünscht habt, habe ich hier eine Liste und werde die in verschiedene Päckchen packen. Also geht davon aus, die kommen irgendwie die meisten bis einschließlich Montagabend, aber ich weiß noch nicht genau, wann kann ich sagen. Also heute Abend kommt bestimmt keiner mehr außer diesem hier. Jetzt gehen wir mal zurück zum DAX. Wir haben Monatsende, deswegen schaue ich jetzt auch mit euch hier nochmal auf den Monat rein. Weil das ist schon wichtig. Wir sind vom Monat her, schlupp, ihr seht, der Trader Fox hat sein Outfit geändert. Muss mich auch hier und da mal erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber es findet sich ganz schön aus. Hier ist dieser Bereich von 15.930. Wir gelten als heftigst überkauft über den Oszillator, aber das ist egal. Das hatten wir hier auch über Monate, habe ich schon ein paar Mal erklärt. Wir sind weiterhin auf Monatssicht positiv über das MACD, basierend auf dieser Bewegung, die wir haben vom 3.10. Vom Monat her sieht es durchaus noch in Ordnung aus und die Wahrscheinlichkeit, dass wir drüber gehen über diese beiden Punkte, ist gegeben. Aber das sind halt immer noch 400 Punkte. Dann auf die Wochensicht. Geld ist immer genauso überkauft. Das MACD als Trendfolger macht gar nichts, aber da ist auch kein Trend. Wir haben hier seit Wochen keinen Trend. Das ist eine ausgedehnte Seitwärtsphase. Aber auch hier 15.930, gerade eben handeln wir an der 15.924. Er macht es immer wieder spannend. Also er gibt, der Markt gibt nicht auf. Das muss man ganz klar mal konzidieren. Und wenn wir hier drüber gehen, und das ist ja das, was er heute Morgen, ich gehe nochmal hier auf die 15 Minuten von vorhin, das ist ja das, was er hier suggeriert hat. Oh, jetzt gehen wir drüber. Und dann fetzt das Ding 200 Punkte nach unten. Das war schon frech. Das war auch teilweise für Daytrading gar nicht so einfach. Da gab es hier mal ein besseres Signal bei 15.760. Aber der Rest war, das war schnell. Das war fies. Das war böse. Das war bitchy. Aber da muss man einfach durch. Nochmal zurück auf den Tag. Es ist eine wunderschöne Kerze. Es ist eine kraftvolle, weiße, starke Kerze. Die oben anfängt, also hier anfängt, runter geht und dann wieder hoch geht. Das sieht okay aus. Also ich würde mich nicht trauen, diesen Markt jetzt hier, auch wenn wir hier an verschiedenen Widerständen sind, schau zu gehen. Ich habe über das Wochenende, wie oftmals, nur eine ganz kleine Position. Ich bin long in Nordex und was habe ich sonst noch? Nordex, ich habe jetzt TripAdvisor gekauft. Ich bin long in, was ist denn das noch? Royal Caribbean und da war noch irgendwas. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Also irgendwas noch, das sind so Kleinigkeiten, so Nebenwerte, bin ich long. Für den Tag selbst habe ich mir folgenden Scheine ausgesucht. Die kennt ihr. Das sind die, die ich auch schon mal hatte letzte Woche. Und es ist erstaunlich, wie sich teilweise die Hebel ändern. Ich lese die jetzt auch gar nicht vor, denn das sind die gleichen Kennnummern, die ich hatte. Interessant finde ich, besonders interessant finde ich diesen 16.497er für die nächste Woche, weil ich muss nach wie vor davon ausgehen, er hat die Möglichkeit, ob er sie nutzt, weiß ich nicht, hier über die 15.930 zu gehen. Wenn er das tut, haben wir nach 70 Punkten, sprich 16.000 die psychologische Marke und dann haben wir nur 16.300. Es fängt am Mai an. Ihr werdet ab Montag über lesen, sell in May and go away, I give a shit on that. Also ich brauche das überhaupt nicht. Das interessiert mich nicht, was die da erzählen. Aber, oder was die alten Regeln sind, weil die Regeln ändern sich immer wieder. Aber das ist also der Schein, mit dem ich mich immer mal wieder beschäftigen werde, für den Fall, dass wir mal so einen Rutscher machen wie heute Morgen mit den 200 Punkten. Der ist relativ weit weg. Ich habe es heute Morgen mit einem anderen probiert. Das ging auch ganz gut. Ich habe dann sogar irgendwann einen Call gekauft. Der war also auch deutlich höher. Das war irgendwas 15.600 oder sowas, irgendwo da. Aber das entscheidet, da muss man einen Totalverlust sofort einkalkulieren. Und das muss ich nicht empfehlen hier. Also das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ich lasse euch jetzt hier in Ruhe. Ich werde, wie gesagt, diese Filme machen. So viel, wie es geht. Wenn nicht, geht es in die nächste Woche rein. Ab Donnerstagmorgen bin ich weg. Und somit wünsche ich euch mit einem Markt, der sich echt entscheiden muss, dessen wichtigste Marken sind 15.670 und 15.930. Wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.